Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3. Ich habe gar keine Ahnung, in welcher Folge wir uns befinden. Oh, hier waren so zwei Gegner. Hier bin ich letztes Mal richtig krass drauf gegangen. Hier machen wir mal einen großen Bogen drum. Was gibt es denn hier? Hier ist so ein... Was ist das hier? Kolonie Gamma. Die Nacht hat fallen. Das tut es hier ja nicht nochmal an, doch, Dr. Tatei. Du bist dabei. Du bist dabei. Tut mir leid, ist leider so. Du bist beim Eurocard-Turnier leider dabei. Das ist, ähm... Das tut mir leid. Alle waren froh, dass Tyron wegkommt. Wie Rolf rette mich. Gibt es nichts zu retten. Rolf ist auch dabei. Okay. Willkommen zurück! Wir waren so worried about you guys. Good job, Sekirao Senna. Wir waren ziemlich sicher, dass du tot bist. Fitz, warum hast du so snarky über alles? All of you. Mio, ich bin so glücklich, dass du okay bist. Mio, es ist so lange. Mio, es ist so lange. Mio, ich bin so glücklich, dass du so glücklich bist. Mio, ich bin so glücklich, dass du so glücklich bist. Ich bin wirklich entschuldig, Commander Teach. Wir haben nie gedacht. Die Details können später warten. Ich bin sicher, dass du ein Rest wirst, nicht wahr? Ich habe mir gedacht, dass es hier nicht einfach eine einfache Aufgabe war. Ich bin richtig? Ja, wir haben deine Angst. Und wie für unsere Besucher hier, wir können unsere Introduktion später machen. Gut dann. Er war ein bisschen verrückt. Ja. Aber ich konnte... Ja, sind Sie sicher über das? Vielleicht hat er es bereits gemacht. Er hat entschieden, wir sind nicht hostile. Doch, ich bin hostile. Gama-Soldat. Hallöchen. Es ist immer Müll, ne? Oh, maximal KP um 25. Oh, ich mache ein paar Mal. ... ... ... ... ... Die Lage in Kolonigawa. 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 Aber bestimmt muss ich jetzt kämpfen, er hat wieder ultra viel Leben. Seedow, sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Was gibt's da? Willen wir wissen, was es hier gibt? Gruppe 28. Nummer 28. Schaffe ich den? Komm die sind 4 Level höher, aber die sind echt einfach. 200 gibt er. Gebt er. Den einen blauener würde ich gerne haben. Kann der bitte kommen? Ja, nur der bitte, nicht der blaue. Nicht der blaue. Noch nicht der blaue bitte. Gut, kurz warten, jetzt auf den. Du Scheiße. Gut, gut. Nein, for fuck you. Perfekt. Guter Schaden. Die Attacke gefällt mir immer sehr gut. gut! Mit Wunderschönen. Drei Schaden. Mit Wunderschönen. Der Schaden. Drei Schaden. Putz auf den Schaden. FP. Pf. Wunderschönen. Wunderschönen. Drei Schaden! Weg mit! Let's do that! Jetzt bist du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verstehe ich schon wieder nicht Eben war sogar noch ein Level niedriger Sieht auch schon wieder wie eine Falle aus ZDF für funk, 2017 Sarah, vielen, vielen Dank für den Prime Sub im sechsten fucking Monat Ein Sub noch, dann gibt es zwei neue Sub-Emotes Einer fehlt noch dann Oh, runtergefallen, was passiert jetzt? Stufe hoch Schillig Also ich glaube diese Dinger hier, Felsenweiß, Cocktail, die geben übel viel, ach du scheiße Die geben übel viel Leben Äh, evil viel Erfahrung, müssen gleich noch mal drauf achten Ich glaube diese Dinger ist ja auch noch mal drauf achten, was passiert jetzt? Ich glaube diese Dinger ist ja auch noch mal drauf achten, was passiert jetzt? Es war 100 gibt ja, komisch Okay, on to the next Oh, den will ich, kann ich den besiegen? Bevor ich da gehe reingehe Ich würde gerne den erstmal besiegen Ich glaube diese Dinger ist ja auch noch mal drauf achten, was passiert jetzt? Ich glaube diese Dinger ist ja auch noch mal drauf achten, was passiert jetzt? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. verfehlt, verfehlt, perfekt. Wie viel gibt er, wie viel gibt er, wie viel gibt er. 600, gut. Das ist gut. Da sind wieder im Boden so Dinger. Geht dem erstmal wieder rein, 13 und 18 Stunden Cutscene, alter Falter. Das ist, wo es zuerst kommt, imagine ein Steak. Das Steak ist in den Boden, so tief. Jetzt mach das Gefühl, und deine Füße sind die Steak. Ah, ich glaube, ich ... Das ist alles, was du für heute wissen musst. Du holst das Rest als ... Aha! So kommen wir an diese eine Kiste da. Level 9 und ... 29 klingt doch machbar, oder? So? 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 Drei könnte Sarek werden, also ich versuche schnell alle eins nah am anderen wegzuhauen. Ich kann es immer so schwer einschätzen, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich kann es immer so schwer einschätzen, was ich schaffe. Ich kann es immer so schwer einschätzen. Das war gut. Das war gut. Das ist so wertvoll hier. Das war gut. 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 gut. Das war 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 gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du in Ordnung? Du bist 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 in Ordnung? Ach, von was bin ich eigentlich die ganze Zeit gestorben? Ich habe es gar nicht verstanden. Hat er irgendwie die ganze Zeit angegriffen. Ich finde es aber so komisch, dass man bei einem Kampf nichts verliert irgendwie. Man verliert ja nichts, ne? Wie sollen wir mit diesem? Oh, der End wollen wir. Komm ran. Woher geht es? Dann ist das. Ich habe das. Ich habe das. Du bist wieder. Ich habe das. Dann kann ich das. Ich habe 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 das. Und jetzt? Das war's für heute. 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 Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott. 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 Uns sieht halt gar nichts, ne? Lofos Lidesch heißt er. Ich bin gespannt, ist er jetzt böse, der Kommandant, oder erzählt er uns jetzt Geheimnis oder so'n Scheiß? Das ist... Aha. Aha. Ich meine, dass ich mit dir hier und... Was? Aber du... Ich bin der Kommandant der Kolonien Gamma. Ich kann nicht diese Fälle. Sie verstehen? Was? Sie haben uns hier rausgebracht? Ja, ich... Niemand in der Kolonien will lernen, was du bist. Ich verstehe, dass ich das nicht in öffentliche mache, ist ein sign... Aber Kommandant, warte. Bitte, hör mal. Was wäre der Punkt? Wörter bluren die Wahrheit und... Kommandant! Ha? Wir haben keine Wahl. Sind Sie bereit? Fass deine Todes mit Ehre. Bestimmt kriegen wir danach seine Klasse. Der hat nämlich so'n komischen Stab. Den Stab will ich. Ich bin gespannt, wer den Stab lehren kann. Oh Gott, der hat wieder so viel Leben. Das ist ja hervor. Bist du mit. Die Glieder. In Ordnung. Und dann ist er die Schlage. In Ordnung. Um Horst einst. Das war die Schlage. Das war die Schlage. Wohl so viel Leben hat er gar nicht. Macht echt Sinn, den Verteidiger zu spielen, habe ich auch zu spülen. Wohl, Wohl! Guter Schaden. Wohl, Wohl! Angus, Kette, let's go. Ja, Mio ist echt am besten aktuell. Hä, das war's? Hä, hä, hä? Verfugt nochmal. No. Hä? 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 Was? Ich glaube, ich glaube nicht, dass sie ein Traitor sind. In meiner Kapazität als Kommander, ich würde sie nicht beurteilen. Sind Sie in Bezug? Die Konsolen sind hier. Ah! Also, das ist das, wo du schlägst. Was eine schöne Fische. Bravo! Aber das ist nur eine Möglichkeit. Still, die Menschen können sich ändern. Ich bin der alten Sie. Ja, ich hatte keine Willen, keine Re... Aber sie sind nicht ich. Sie gehen einen anderen Weg. Du wirst du wirst. Du hast mir eine Chance, um es zu fixieren. Ich habe eine Obligation. Also, lasst uns die Dinge zu tun. Sehr gut. Dann werde ich dich und die Traitor... ...Tower of Mobius. Nicht schon wieder Mobius. Der hat so viel Leben. 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 *** Was macht der? Was macht der? Was macht der? Na klar One Hit Ich will sogar One Hit Der ist Level 27 Ey kann ich überhaupt überleveln? Ich habe so viele Mobs gekillt Das ist unglaublich Ich bin trotzdem nur Level 27 Genau wie der Vielleicht passt sich das auch mal an Ich habe dir noch gar kein Leben Abgezogen Als Felbsechnik wäre Oroboros ist die Sink auf zwei Personen Ja gut wir werden es sehen ne Wenn wir am Ende sehen ne Bin gespannt Guck mal der Balken oben der Verringert sich gar nicht Okay das waren 10k das war gut Also Säger Säger Ja Das war's für heute. Ey, wir sollen nicht was bei H5, oh mein Gott. Hä? Ach nö, lass mich los. Nein, nicht wieder killen, der killt mich doch wieder One-Hit, ich seh's doch schon. 1.400, ja mein. Und los, Kevin, let's go. 1.400, ja mein. Ich muss noch nicht mal zart bleiben, Leute. 2.400, ja mein. Ich glaube es dauert nur lange bis wir am Ende sind, falls du bei mir weiter guckst oder woanders das Ende erwartest. 0.400, ja mein. Ach, das sind so Nunchakus. Wie geil ist das denn? Das brauche ich. Oh, es geht weiter. 80k. Das sind so Nunchakus. Wie ist das? Entweder. Nein, es geht weiter. Entweder. Entweder. also jetzt gerade geht es ein bisschen besser mit dem schaden keine ahnung wieso aber ich glaube die Angriffskette war auch krass lol 2 auf einmal wo sind meine mods wo sind die mods ja 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 die andere mit der auftrat ja ja Ey, dass so ein Kampf 15 Minuten dauert, das ist zu lang. Das ist ein Kampf, das ist ein Kampf, das ist ein Kampf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. BAM! Geschafft, Leute! Hat nur 15 Minuten gedauert oder so. Komm schon, wir... Nicht noch, Mio. Ach nee, bitte nicht. Die Uhr kaputt machen? Wir gehen zur Kolonie und entscheiden unsere nächsten Schritte. Lass uns zurück zur Kolonie Gamma gehen. Was? Was stand da? Was stand da? Kann ich Schnellreise machen? Ja, kann es. Wir hätten die Folge beenden sollen. Aber wenn die Uhr kaputt ist. Was stand da? Ja, wir gehen. Komm schon! So what you mean is you were te- Such power can drive- I needed to be shoo- I needed to know that you hadn't fallen into the trap of being- So that's why you had to try to kill us for- Determining the true nature of power is a- You're- But just one slip. I once got to see how power can destroy a per- I don't want to see that happen to you, nor does anyone- It was no choice at all to put my life on the- You're right that being an Uroboros comes with huge power. Yeah, but- Macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Erst hat man gegen den Kommandanten gekämpft und dann haben die alle gesagt, boah, ist der stark, der ist viel zu stark für uns. Dann kommt dieser Möbius, der theoretisch ja stärker ist, und den machen die fertig. But there was always that people are at hot. That's- But if you were to ask- So you have hope? I do. Hm, no. So? Commander, if that's what you think- Oh. I want you to see with your own eyes. You want something from us? Yes. The stream becomes the flow of life itself. And you want me to be the one. Yes. Well. Hm. Okay, then. I'll do it. But what have those of you from Kevah's to say on this map? Yes, of course. The more the merrier. Especially if they're as strong. Fine by me. Assuming we never have to fight it out like this again. Well, that all depends on how well you train. Ugh. Why? Ha ha ha. I was- Ah. Before, I'd like to ask you a favor in return for this. Anything. Thank you. I'll run through- Oh, wait. I actually know a ver- Yeah. Yeah, I think I'll- Abgeschlossen. Der Charakter von Macht. Der Kommandeur von Colony Gamma, Sibau, ist bereit, Existenz der Euroborus zu aktivieren. Er verspricht, ihr zur Seite zu stehen. Neuer Held. Klassenerbe? Mio. Das ist es. Das machen wir direkt auf die drauf. Und jetzt wissen wir Dinge. Du sagst, du bist ein paar Jahre alt. Das ist korrekt. Wir werden unsere nächsten Schritte diskutieren. Like das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Amen. Vielen Dank.